Grüß euch. Ich muss euch leider sagen, dass der Livestream heute ausfällt, da Robert familiäre Probleme hat und ich total im Arsch bin nach dem Arbeiten heute. Und ich hoffe es ist okay für euch und ihr nehmt es nicht übel. Ich denke mal Donnerstag gibt es dann wieder einen normalen Livestream. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, tschüss, eure Muttibeer. Achja, es wird heute noch eine Folge von mir rauskommen, 1 gegen 1, meine 100 Tage Challenge. Also es ist ein bisschen spät geworden mit dem Video dann, aber kommt heute auf jeden Fall noch. Dann würde ich sagen, tschüss, tschüss, bis dahin, euer Muttibeer.